entspanne einfach einmal dein gesicht und lächle lasse deine lippen sanft lächeln und lass auch deine augen mit lächeln und jetzt spür mal in dich hinein wenn du dieses lächeln für einige sekunden bei behältst ist es dann noch möglich schlecht drauf zu sein wie fühlt es sich an für dich probier es einfach mal aus und wenn du ein oder zwei minuten am stück lächelst dann wird sich wahrscheinlich auch wenn du einmal in schlechterer stimmung bist deine stimmung ziemlich schnell verbessern denn wenn der körper gut drauf ist sprich wenn er lächelt dann fällt es deinem geist schwer nicht auch besser drauf zu sein ich freue mich darauf dich morgen wieder zu sehen tschüss